Für Adam Gibson ist der heutige Tag ein Tag, den er nie vergessen wird. Da ist jemand in meinem Haus mit meiner Familie und ich bin's nicht. Es wurde gegen das sechste Tagesetz verstoßen. Ein Mensch wurde geklont. Dieser Mensch waren Sie. Jetzt muss ein Konzern, der illegal Menschen klont, seinen Fehler aus der Welt schaffen. Die wollen mich umbringen. Weil es sie jetzt zweimal gibt und das ist der Beweis, dass Menschen geklont werden. Waren die schon hier? Ja. Hallo, Adam. Möchtest du ein Bier? Hey, nicht jetzt. Ich hab heute meine Frau, meine Tochter und mein ganzes Leben verloren. Was weiß gibt's denn alles? Dass wir jeden umbringen, der die beiden zusammen sieht. Daddy? Drucker wird alles tun, um den Beweis zu vernichten. Und ihre Familie könnte dabei auch umkommen. Was? Was machst du jetzt? Ich hol mir mein Leben zurück. Adam Gibson. Ich wünschte, ich könnte sagen, der Einmalige. Wer seid ihr Typen eigentlich? Der sechste Tag. Sie haben sich den Falschen ausgesucht, um zwei rauszumachen. Das war dafür, dass du mit meiner Frau geschlafen hast. Das war für mich, dass du mit meinen Kindern einen Beweis hast. Untertitelung des ZDF, 2020